Moin und Mädel ihr Lieben und willkommen zu Part 15. Telefonat, Vertrauensbeweis, Hacking, Essensplanung, CCTV, Polizei ist der Titel dieses Videos. 28 Minuten geht das Telefonat zwischen Cola Bärchen und Reinerle, der ja jetzt nach langem Hin und Her seinen Test im Internet präsentiert hat. Also er hat Cola Bärchen halt den Test geschickt, was er ja eigentlich nie macht. Einfach deswegen, weil die Sachen irgendwie immer im Internet landen. Aber der Trieb war wieder einmal größer als die Vernunft. Und deswegen hat Reinerle wieder einmal Testergebnisse. Also man muss dazu sagen, es ist nichts Besonderes. So ein Gesundheitstest ist natürlich jetzt nichts Bolles, nichts Besonderes. Da steht halt drin, ja, du bist gesund. Oder du bist halt nicht gesund. Wäre natürlich auch interessant gewesen, wenn da irgendwie drinstehen würde, Reinerle hätte sich an einem rostigen Nadel irgendwie Hepatitis geholt. Über die Jahre. Wäre auch gut zu wissen für ihn, würde ich jetzt mal behaupten. Das Witzige ist halt, dass solche Sachen immer und immer wieder von Reinerle irgendwo im Internet landen, weil er wie immer eigentlich spitz ist und nicht nachdenkt. Er stellt sich ja immer so große Hürden und sagt sich, ja, ich verschicke das nicht. Oh mein Gott, nein, das mache ich nie. Und ja, dann verschickt er es. Ihr Lieben, es ist nur Audio. Wir haben kein Video dazwischen. Deswegen braucht ihr diesmal nicht irgendwie irgendwas mitlesen oder aufpassen. Das ist einfach nur jetzt das Telefonat und da starten wir rein. Schnappt euch euer Lieblings-Heiß-Kaltgetränk, Kuschelkissen, was auch immer ihr braucht und dann geht's los. Hey Schmusi. Hi, na? Geht ja gut los. Schmusi. Und alles klar bei dir? Ja, jetzt wie gesagt, kurz vor der Abfahrt noch ein bisschen Orga-Kram und Arbeit, aber ansonsten alles supi. Na, das ist doch gut. Ich freue mich voll. Ja, ich mich auch. Und ich erst rein, Alter. Wenn wir das hier tatsächlich irgendwann zu einem Ende bringen, ne? Demnächst dann. Nächster Part ist ja schon das Grand Final, in dem das lang ersehnte Treffen endlich stattfindet. Noch mal ganz lieb Danke sagen, das mit dem Vertrauensbeweis. Das hat mir voll viel gegeben und deswegen habe ich dir jetzt auch das geschickt. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Habt ihr gesehen, also Kohlerbäckchen hat ihm irgendein Foto geschickt. Und ich denke mal, dass es nicht das Original-Kohlerbäckchen ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, das hat eigentlich nichts mit Vertrauen zu tun, dass ich dir das nicht schicken will. Doch. Also im Grunde genommen doch. Oder wollte. Weil es geht halt wirklich darum, ich möchte halt nicht, dass solche Dateien von mir im Internet rumfliegen. Ich habe das halt auf die HD-Tour gelandet. Ja, und du hast nichts draus gelernt, Reinalda. Ja, klar. Aber man muss ja sagen, das ist ja jetzt nur bei mir im WhatsApp. Und WhatsApp hat ja auch so eine Verschlüsselung. Das heißt, das wandert ja jetzt nicht irgendwo im Internet rum, sondern quasi jetzt nur bei dir. Ja, aber jede Verschlüsselung kann man knacken. Das stimmt. Ja, genau. Die haben einfach WhatsApp-Verschlüsselung geknackt. Richtig. Aber dann müsstest du dir ja theoretisch auch Sorgen machen, dass es die per Mail geschickt haben. Das kann man ja auch knacken. Ja. Ja, aber in meine Mail reinzukommen, dürfte so gut wie unmöglich sein. Dafür braucht es... Aber in Cola-Bällchens WhatsApp, oder was? Ach, komm, Rainer. Du brauchst nämlich vier verschiedene Passwörter. Ach, du brauchst... Bullshit. Du brauchst keine vier verschiedenen Passwörter. Du brauchst ein Passwort und halt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass da halt an dein Handy ein Code gesendet wird, den du eintippen musst oder dass du es irgendwie nochmal bestätigen musst. Das ist alles. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen hast du halt noch deinen YouTube-Account so lange gehabt oder deinen Google-Account oder sonst irgendetwas. Ansonsten bin ich mir hundertprozentig sicher, hätten die Leute dein Passwort schon erraten. Diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, das war halt der Knackpunkt. Und kann ich auch jedem nur empfehlen. So eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. So ein Passwort ist halt doch relativ schnell erraten, je nachdem, was ihr für Passwörter nutzt. Also ich kann persönlich von mir reden. Ich nutze halt so ein Passwort-Manager, wo halt für jedes Programm halt ein Passwort gespeichert wird. Es ist einfacher, ist aber auch nicht hundertprozentig narrensicher. Aber wenn es Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt, nutzt sie. Kann ich nur empfehlen. Ist manchmal ein bisschen nervig, aber für die Sicherheit ist es perfekt. Und zwei verschiedene Identifizierungen. Klar, aber WhatsApp ist ja auch schwierig. Oje, aber ist ja alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon voll auf morgen. Also ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich glaube, das klang jetzt nicht so ehrlich. Oder hat es schon sehr, sehr stark gespielt, ne? Oje, aber ist ja alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon voll auf morgen. Voll auf morgen. Ja, ja, ja. Ja. Ich persönlich habe ja ein bisschen Bauchschmerzen im Moment noch deswegen. Wieso? Wegen den Hatern oder wegen was anderem? Wegen den Hatern vor allem. Was andere ist nicht so das Problem. Zwei Sachen. Du fährst ja nach Nürnberg und von Nürnberg aus mit dem Zug nach Emskirchen. Richtig. Dann pass auf, machen wir mal Folgendes. Wenn du nach Emskirchen kommst, dann kommst du auf den Bahnsteig zwei oder drei raus. Das heißt, du musst dann durch die Unterführung zum Bahnhof rüber. Kann sein. Wenn du durch die Unterführung gehst, selbst wenn du jetzt auf Bahnsteig eins landen würdest, was ich nicht glaube, geh durch die Unterführung. Wenn du da runter gehst, da geht es dann einen ganz langen Gang entlang. Dann geht es zwei oder drei Treppen hoch. Und da einfach dann dem Weg folgen. Dann landest du auf einer Hauptstraße gegenüber von einem Fußballplatz. Da würde ich auf dich warten. Weil dann haben wir ja das Risiko, dass so viele am Bahnhof sind. Klingt gut. Ja, also ich werde mich halt, wie gesagt, auf jeden Fall vermummen. Also mit Sonnenbrille und Kapuzenpulli. Damit man mich nicht irgendwie erkennt oder so. Und ich hoffe einfach mal, dass ich dann stressfrei bis Emskirchen durchfahren kann. Ja. Wäre halt auch optimal, wenn du das dann so machen, wenn du nichts dagegen hast. Weil dann können wir das Risiko halt noch weiter minimieren. Das ist schön. Da muss man halt nur sagen, wann du ungefähr ankommst. Und dann warte ich da halt auf dich. Würde dir dann halt Bescheid sagen, wenn ich in Nürnberg quasi in die Bahn steige. Das wäre so meine Idee. Weil ich halt ja, wie gesagt, aufgrund der Verkehrssituation noch nicht genau weiß, wann ich ankomme. Weil ich habe halt dir ja die Tage schon geschrieben, dass ich auf jeden Fall gesehen habe, dass die Staus da sehr unterschiedlich sein können. Von daher gebe ich dir einfach mal zwischendurch ein Update, wann ich ungefähr da bin. Ich habe momentan nur am Handy Internet, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Äh, nur wenn ich zu Hause bin, meine ich. Also nicht, wenn ich unterwegs bin. Ah. Hast du deinen Handyvertrag nicht bezahlt, Reinaldin? Kannst du nur noch über Wi-Fi ins Internet gehen mit deinem Handy? Klassiker. Wobei, ich kann mal eben was spicken. Sekunde. Kann ich das vielleicht dann mal ein bisschen fixen? Ansonsten schreibe ich dir eine SMS, wenn irgendwas ist. Fix mal. SMS sollte auf jeden Fall gehen, ja. Ja. Aber ich habe momentan ein anderes Handy. Hm. Nicht mehr das Weiße. Doch, doch. Moment, warte mal. Ähm. Okay, äh, ja. Mein Handy ist auf jeden Fall gesperrt im Moment. Ah, ja. Sein Handy ist gesperrt. Ich denke mal, da wird jemand seine Rechnung nicht bezahlt haben, ne? Heiß? SMS sollte gehen, ich kann es nochmal probieren. Na, wobei, SMS im Telefon hingeht auf jeden Fall. Bei der Polizei konnte ich vorhin ja auch anrufen mit dem Handy. Oh, hier waren schon wieder Idioten da. Ja, ja. Als ich heimgekommen bin aus Nürnberg. Ähm. Und das andere Thema war Essen, ne? Ähm. Genau, richtig, ja. Was hast du dir ausgedacht, Rainerle? Die typisch fränkischen Austern, oder was? Ähm. Und zwar, ich habe jetzt schon mal einen Blattspinat gekauft, weil du wolltest ja einen Blattspinat haben. Gerne. Du wolltest ja Blattspinat haben. Also, hat sie Blattspinat so direkt gesagt? Sie hat halt gesagt, Gemüse, ne? Also Obst und Gemüse, halt was Gesundes. Nicht, was du vorgeschlagen hattest, Rainerle, mit Cordon Bleu, Nuggets, Pommes und was weiß ich noch alles, ne? Also, halt alles, was man in der Fritteuse machen kann. Aber, wie gesagt, es ist jetzt nicht das, was ich mir für ein erstes Date wünschen würde. Beziehungsweise, was ich sowieso allgemein nicht essen würde. Cordon Bleu vielleicht noch, aber halt mit Beilagen. Ne? Und nicht Pommes. Boah. Kann man mal machen. Ist jetzt aber auch nicht das schickste erste Date essen. Ähm. Das fränkische Gericht. Ähm. Ich weiß nicht, ob, bestehst du da drauf. Ansonsten würde ich sagen, da gehen wir einfach mal, wenn du mal unter der Woche vielleicht bei mir bist oder so. Wenn du irgendwann mal wieder kommst. Falls du nochmal wieder kommst. Ähm. Machen wir das einfach so, dass wir da mal essen gehen. Weil, ähm. Ich persönlich stehe nicht so auf das. Und dann kannst du dir was fränkisches bestellen und ich kann mir was anderes bestellen, wenn wir essen gehen. Naja. Aber, Reinald, das steht da nicht drauf, weil es ihm jetzt zu aufwendig ist und höchstwahrscheinlich auch zu teuer. Ne? So eine TK Cordon Bleu Packung ist natürlich viel, viel günstiger und einfacher zuzubereiten. Ähm. Weil ich, ja, also fränkisch wäre jetzt quasi zum Beispiel sowas wie Sauerkraut mit, äh, koch, gekochten, äh, Bratwürsten oder sowas. Und das schmeckt mir persönlich nicht. Ja, ihr ja auch nicht, du Held. Hast du schon wieder vergessen, dass sie keine Wurst haben wollte. Nichts, was irgendwie im Darm ist. Also, keine Wurst, ne? Sie hat gesagt, ja, okay, die Berliner Currywurst, das wäre okay. Die ist halt ohne Darm, das könnte man noch machen. Aber keine Würstchen. Mensch. Oh, man merkt halt wieder, der Typ, der kann sich entweder nichts merken oder es ist ihm scheißegal. Und ich tippe eher auf zweites. Ich tippe immer drauf, dass es ihm wirklich scheißegal ist. Dann ein anderer Vorschlag? Ja. Ja, alles, was ich in meine Fritteuse schmeißen kann. Achso, was ist zu essen oder was? Ja, ja, ob du einen anderen Vorschlag hast. Achso, ähm, also ich hätte auf jeden Fall gesagt, Blattspinat, äh, wolltest du ja unbedingt haben. Dann. Wolltest du unbedingt haben? Nö. Dann, äh, würde ich einfach noch ein paar Kartoffeln nachher kaufen gehen. Mhm. Ich hasse dieses Handy. Mein altes Handy. Och, Rainer, konzentrier dich. Und was noch, ne? Blattspinat, Kartoffeln. Okay, kann man machen. Was noch? Lieber, aber es geht leider nicht. Meine Güte. Boah, dieser blöde Notizblock. Also ich würde halt Kartoffeln, ähm, ich würde mir halt Kartoffeln, ähm, mal kaufen, Eier kaufen, frische. Eier. Ähm, und dann, ich weiß nicht, äh, das wäre dann schon mal ein Gericht. Ja. Blattspinat, Kartoffeln und Eier. Okay. Ähm, ja, ist jetzt nicht die Haute Cuisine, aber kann, weiß ich nicht. Stell ich mir irgendwie so ein bisschen trostlos vor. Also quasi Spinat, Kartoffeln und Ei. Ja, genau. Hm. Und dazu vielleicht einen Saft oder so. Weiß nicht, ob du auf Säfte stehst. Ja, klar. Ey, Junge, was ist, was, und du schwarf jetzt davon, dass du kochen gelernt hast. Du schwarf jetzt davon, dass du kochen gelernt hast. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich könnte ja einen Sauerbraten machen. Ne? Ne, kannst du nicht. Und das beweist es dir auch mal wieder ganz gut. Ja, ansonsten hättest du ja vielleicht sogar Sauerbraten vorgeschlagen. Na, irgendwie so ein Braten. Aber, wenn es dann halt auch wirklich dahin geht, ne, dass man dann seinen Worten Taten folgen lässt, dann bist du plötzlich wieder ganz kleinlaut. Und weißt nicht so genau, na, was mache ich denn jetzt? So Blattspinat, Kartoffeln, das einzige andere Gemüse, was ich kenne. Und Eier. Toll. Also, weiß ich nicht. Ähm, ne. Also, da kann ich hundertprozentig besser kochen. Und, wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat, ne, von Kochen, was ja nicht schlimm ist, dann holt man sich Hilfe. Ich dachte, du hast sowieso eine Sprachnachricht an jemanden geschickt, mutmaßlich Marion, die dir ja erzählt hat, ja, hier typisch fränkisches Gericht. Ich bräuchte da mal ein paar Zutaten. Was ist eigentlich daraus geworden? Oder man guckt halt entweder im Internet oder in ein Kochbuch. Ne, wenn man irgendwie mal Bock hat, regionale Küche nachzukochen, holt man sich halt ein Kochbuch. Nicht so, Reinholde. Der kocht halt, was ihm in den Sinn kommt. Beziehungsweise was auf so einer Maggi-Tüte draufsteht. Ähm, was magst du das so? Alles mögliche. Okay. Also ich habe jetzt Saft, Kartoffeln, Eier. Den Blattspinat habe ich schon gekauft vorhin. Ähm. Willst du nur irgendwas Bestimmtes? Ja, wahrscheinlich werden wir ja zwei Abende miteinander verbringen, denke ich mal. Auf jeden Fall. Dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir für den zweiten Abend auch irgendwas hätten, was wir zusammen essen können. Wieso? Reinholde hat doch bestimmt genug Kartoffeln, ein Blattspinat gekauft. Und Eier wirst du ja nicht so viele essen, ne? Holte halt so ein Dutzend und dann reicht das. Ja, mal sehen, was Reinholde sagt. Deswegen habe ich gefragt. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwas, äh, weiß nicht. Hast du irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne kochen? Das würdest du gerne essen? Naja, wenn man halt schon Kartoffeln da hat, könnte man ja entweder aus, ich meine, er wird sich ja höchstwahrscheinlich so einen Sack Kartoffeln kaufen, ne? Die wird er ja am ersten Abend nicht alle aufbrauchen, für zwei Personen. Dann könnte man ja zum Beispiel eine Kartoffelsuppe machen. Oder dann könnte man Kartoffelauflauf machen. Oder man könnte Kartoffelpuffer machen zum Beispiel. Wenn man halt am Vortag die ganzen Kartoffeln schon gekocht hat und dann noch welche übrig sind. Ach, was weiß ich. Äh, was mir jetzt halt gerade spontan so einfällt. Aber irgendwas halt aus den, aus den Zutaten, die man ja auch schon da hat. Ne? Ja. Ja. Oder hier ist ein Bauernfrühstück. Ne? Wenn er auch Eier da hat. Hm. Ich bin beim Essen eigentlich sehr unkompliziert. Ja, das stimmt. Hauptsache da ist viel Glutamat drin. Ja, wie gesagt, Rainer steht halt vor dieser Tütensuppen-Fertigabteilung und schnappt sich da die Päckchen raus. Was ist denn, wenn wir sagen, irgendwie Hähnchenbrust, die wir anbraten und dann machen wir dazu einen Salat. Also quasi ganz normal grüner Salat und vielleicht ein bisschen Tomate und ein bisschen Möhrchen und ein bisschen Gurke reinschnippeln und dann halt mit Hähnchenbrust. Hm. Ja. Hast du, ähm, äh, habt ihr Rainerles Enttäuschung gehört? Konntet ihr Rainerles Enttäuschung da rausführen? Gewusst. Okay. Hast du, ähm, mhm, mhm. Ja, das sind halt alles Sachen, die Rainerle nicht im Haus hat, ne? Salat, Möhrchen, Gurke, Paprika oder was weiß ich, was man da noch alles reinschneiden machen möchte, alles Sachen, die Rainerle nicht da hat. Die müssen wir halt jetzt alle noch kaufen. Essig und Öl zu Hause? Hm, ich glaube, ich schreib's aber trotzdem mal mit auf. Ja, weil dann kann ich uns ein Dressing machen. Wenn du irgendwas Kräutermäßiges da mit reinhaben willst, irgendwelche Gartenkräuter oder so, dann... Wie gesagt, ich esse nicht so viel Salat, also zumindest kein solches Salat. Ähm, was ich normalerweise mache, ist... Sondern? Fleischsalat oder was? Das ist ein Gurkensalat, ein Kartoffelsalat, äh... Ja, dann mach doch sowas. Mach doch einen Gurkensalat oder einen Fleischsalat, ne? Geht ja auch. Äh, vergiss, okay, schon selber Fleischsalat. Äh, Kartoffelsalat. Meine Güte. Du hast ja Kartoffeln schon geplant einzukaufen, von daher Kartoffelsalat geht ja auch. Vielleicht mal einen Tomaten-Mozzarella-Salat. Oder auch mal einen Nudelsalat vielleicht. Hm, Nudelsalat. Können wir auch machen. Bin da flexibel. Soll ich da noch Mayonnaise aufschreiben? Mayo. Ich weiß ja nicht, wie du deinen Nudelsalat machst. Gibt's einen fränkischen Nudelsalat oder einen fränkischen Kartoffelsalat oder sowas? Hm, ja, es gibt den schwäbischen Kartoffelsalat, ne? Mit Essigöl. Ich weiß gar nicht, ob der in Franken auch so übernommen wurde. Es gibt mit Sicherheit einen fränkischen Kartoffelsalat. Ich weiß aber nicht, ob der weltweit so gemacht wird oder fränkisch nur. Äh, es hat einen Kartoffelsalat. Achso, ja, okay, ob die, ob die, die Rest, die Restbevölkerung auch diese, äh, den Kartoffelsalat so macht, wie Franken ihn machen. Aber das lässt sich ja schnell mal googeln. Kartoffelsalat fränkisch. Ja, gibt's das? Also es gibt anscheinend fränkische Kartoffelsalat-Rezepte. Ähm, mhm, mhm, mhm. Ja, mit Essigöl. Ja, quasi, eigentlich kenne ich den so als schwäbischen Kartoffelsalat. Hm. Boah. Klassiker. Naja, mal sehen, was Reinald sagt. Kartoffelsalat mit, äh, anstatt mit Öl wird er mit Mayonnaise gemacht. Und, äh, da kommen dann halt im Normalfall manchmal, manche Leute hauen noch Zwiebeln rein, manche Leute hauen, äh, noch, äh, noch Lauch mit rein. Lauch, ja. Ich weiß nicht. Du kannst ja einen Kartoffelsalat machen. Was du halt machst. Wie Reinald den macht, äh, kauf den. Fertig. Ich mach normalerweise keinen. Achso, weil du mal gesagt hast, sowas isst du. Ja, also ich hab sowas früher mal gemacht, aber das ist ewig her. Ja, früher hat Reinald den gemacht. Sicherlich. Ähm, okay, also Moment, äh, Kartoffeln hab ich schon. Äh, Essig, Öl, Mayo, ähm, Schnittlauch, ähm, Zwiebeln hab ich noch zu Hause. Gurke, Paprika, Reinald, irgendwie sowas noch dazu, vielleicht Tomaten. Ja. Ja. Äh, gedränke-technisch soll ich irgendwas besorgen, beziehungsweise ich hab ja, äh, ich hab ja den Soda-Stream da, sollte eigentlich hinhauen. Kann ja nur noch mal an Packung Wasser kaufen. Ja, Soda-Stream ist schon okay. Ne, kann man machen. Also, ansonsten Reinald, äh, Champagner bitte, ne, den guten. Also mit Wasser bin ich schon gut bedient, ist halt nur die Frage, ob du sagst, wir wollen irgendwie anstoßen, dann wär irgendwie, dann würde ich mich mit nem Weißwein anfreunden. Oh, ich hätte jetzt so ein Wöffel-Clicquot, äh, oder Dom Perignon. Ne, das wär too much, glaub ich, ne, wär Reinald, ne. Aber wär schön gewesen, ne, wenn Reinald noch irgendwie so... So, gebaitet wäre mit Champagner, kauf mal hier irgendwas hochwertiges, hochklassiges. Ähm, an Asti? Oder ist der der zu süß? Weil Wein, wie gesagt, ich bin jetzt so der Weintrinker. Äh, wenn dann an Sekt... Musst du ja auch nicht, Reinald, es geht ja hier auch um deine Partnerin. Wenn sie sagt, ich hätte gern Weißwein, sag ich, okay, besorge ich einen Weißwein. Ne, nicht. Ja, ich mag aber gar keinen Weißwein. Ja, musst du ja auch nicht. Musst ihn ja nicht trinken. Aber deine Partnerin möchte den trinken, Reinald. Ne, oder... Die Frau, die da zu dir fahren möchte. Holenlos. Sekt oder irgendeinen Schnaps halt. Oh, von... Oder sonst mehr da Bier. Oh, von... Von Sekt krieg ich Kopfschmerzen. Okay. Der schlägt mir sofort in den Kopf. Was war das andere, was du gesagt hast? Ähm, ja, Bier oder Schnaps. Hast du schon mal Weißweinschorle getrunken? Das schmeckt so ähnlich wie Sekt, aber ist nicht so schwer im Kopf. Ja, wie gesagt, ich mag keinen Wein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hab irgendwie mich mit Wein noch nie anfronten können. Ähm, also irgendwie anstoßen würde ich schon gerne mit dir. Aber wenn du sagst, du magst keinen... Wie gesagt, also... Vielleicht kenne ich das anders, aber... Wenn sie sagt, ich hätte gerne Weißwein... Ja, meine Güte, dann besockert ein Weißwein. Ist ja auch nicht so, dass die Flasche immens teuer ist, die du da kaufen würdest. Irgendwas so unter 10 Euro. Mein Gott. Naja, gut, man muss ja aber dazu sagen, Reinald, er hat ja nicht mehr viel Geld. Jede Ausgabe muss ja wohl überlegt sein. Naja, gut, würdest du in den zwei Tagen eine ganze Flasche Wein trinken? Wahrscheinlich nicht. Boah, doch. Locker. Nicht, ne? Boah. Naja, wenn wir beide zusammen trinken, man kann... Also, es muss ja auch keine Riesenpulle sein, wie geht's ja in unterschiedlichen Größen. Deswegen frage ich ja gerade, weil ich würde halt gar keinen Wein trinken. Ich würde dann halt was anderes trinken. Man muss ja nicht mehr im gleichen Getränk anstoßen. Steht ja nirgendwo geschrieben. Ah, ach so. So hätte ich jetzt gedacht halt. Was ist denn mit Rosé? Er ist meistens sehr fruchtig und halt auch prickelt halt auch. Das heißt, er ist halt... Nee, 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 Kohlerwärchen, da musst du dich unterbrechen, weil ich auch so... Ich habe mal eine Weinschulung gemacht, ne? In meiner ersten... Nee, in meiner zweiten Ausbildung. Und Rosé ist nicht zwingend mit... Ähm... Jetzt muss ich jetzt mal selber gucken, ob ich das überhaupt so zusammenbekomme. Ähm... Also, ich versuche es jetzt mal so richtig zusammenzubekommen, wie ich es noch im Kopf habe. Bei Rotweinherstellung wird halt die Trauben, also der Saft, der gepresst wird, mit Schale und alles Mögliche wird halt vergoren. Rotwein. Beim Weißwein wird die Schale getrennt und nur der Saft wird halt vergoren und dann zu Wein hergestellt. Das ist so grob umrissen, die Weißwein-Rotweinherstellung, ne? Und bei Rosé-Wein werden halt, äh, die Trauben wie ein Weißwein hergestellt. Also der Saft wird halt nur vergoren und nicht mit den Schalen und alles Mögliche, wie bei der Rotweinherstellung. Und das ist dann ein Rosé-Wein. Deswegen sind die dunklen Trauben, die da vergoren werden, ähm, später halt heller. Weil halt nur der Saft vergoren wird und nicht die Schale, in der halt so die meisten Farbstoffe drin sind. Deswegen ist Rotwein auch so dunkel. So ungefähr, ne? Also, bitte, wenn ihr mehr über, äh, Rotwein, Weißwein, Rosé-Weinherstellung gießen wollt, äh, schaut am besten im Internet. Ich glaub, die können das besser erklären als ich. Aber ein, äh, Rosé-Wein, wie gesagt, hat deswegen nicht unbedingt hier, ähm, nach Kohlensäure. Das stimmt nicht. Der wird später zugesetzt. Eigentlich näher an einem Sekt, aber der schießt mir nicht so in den Kopf wie ein Sekt. Dann können wir vielleicht einfach einen, äh, süßlichen Rosé zusammen trinken. Okay, und du hast, hast du schon mal einen Asti getrunken? Äh, ja, das ist... Wie er sie da so hinleiten möchte zu seinem Getränk, ne? Was Rainerle trinken möchte. Und sie hat doch schon gesagt, Rainer, wenn du aufgepasst hättest, dass Asti ihr nicht gut tut, dass ihr das sofort in den Kopf schießt und dass sie davon Schmerzen, also Kopfschmerzen bekommt. Das Zeug, was immer in dieses, in dieses Mischgetränk kommt, davon krieg ich auf jeden Fall, äh, Kopfschmerzen. Okay, dass man von Asti Kopfschmerzen kriegt, höre ich auch zum ersten Mal. Ja, ich, wenn man von, wenn man auf, auf Sekt, äh, allergisch reagiert, dann leider auch auf Asti. Hm. Hm. Das kann Rainer schwer akzeptieren. Na gut, ich hab jetzt mal eine Rosé... Genau, kannst ja mal schauen. Ich hab jetzt mal eine Rosé aufgeschrieben. Ähm. Sonst noch irgendwas? Ähm. Wenn du sagst, du hast Eier da, dann könnte ich mir halt auch... morgens ein Ei kochen zum Frühstück? Und ansonsten... Hm, also ich hab Eier... Äh... Ich hab Eier jetzt aufgeschrieben. Ich kauf eh gleich ein Zehnerpack und so viel werden wir für den Spinat ja nicht brauchen. Ja, genau. Und dann mach ich mir einfach morgens zum Frühstück irgendwie ein Ei. Dann passt das. Ja, zum Frühstück hätte ich auch Wurst, Marmelade und, äh... Wurst, Marmelade und Nutella da und auch Toast. Also das sollte kein Problem sein. Ähm. Zum Frühstück isst du lieber Toast oder isst du lieber Schwarzbrot? Äh. Oh, Schwarzbrot. Jetzt muss ich grad mal überlegen, was denn... Schwarzbrot ist sowas wie Pumpernickel und sowas, ne? Das, äh... Schwarzbrot ist ein ganz normales Brot. Ein dunkles Brot. Ja, also das Thema hatte ich auch schon mal in einem reiner Discord-Gespräch, glaube ich, war es oder, ich weiß gar nicht was, Discord oder was, irgendwie auch so ein Stream-Ausschnitt. Was Reinales Schwarzbrot nennt, nenne ich hier oben, also im Norden, eher so Graubrot. Schwarzbrot ist halt für mich wirklich, ja, nicht Pumpernickel, aber, ähm, Schwarzbrot ist halt schwarz, ne, mit Körnern drin und ähnlichem, aber was Reinales meint, ist halt Graubrot in meiner Welt. Viele haben mir recht gegeben, einige nicht, einige meinten, ja, das ist doch Schwarzbrot. Ne, ist es nicht. Schwarzbrot ist wirklich schwarz. Schwarzbrot, was, also, es gibt ja Toastbrot, Knöppel, äh, Knäckebrot und dann noch ein anderes Brot und dieses andere Brot ist das. Es gibt nur drei Brotsorten. Weißbrot, Knäckebrot und das andere Brot, ne. Wenn ich beim Bäcker stehe, muss ich auch so, ich hätte gern das andere Brot, heute. Oder nee, warten Sie mal, Knäckebrot, na, vielleicht. Haben wir jetzt noch was ganz Wildes, Zwieback. Achso, das ist einfach nur ein Vollkornbrot, alles klar. Ja, doch, Vollkornbrot mag ich. Nicht mal, nicht mal Vollkornbrot, das ist eher Graubrot, ne. Das heißt bei uns nicht Schwarzbrot, deswegen. Also lieber, lieber als Toast. Ne, ne, ich mag ruhig, ich mag ruhig dunkles Brot. Da, so Vollkornbrot ist schon ganz gut. Ja, aber das, was ich hier habe, ist auch Vollkorntoast. Ähm, aber wenn du sagst, du willst lieber Schwarzbrot, dann kaufe ich hier noch ein bisschen Schwarzbrot ein. Das ist lieb von dir. Ach, ich freue mich schon so. Das ist irgendwie, ist das total so real, dass das morgen schon ist, weil das fühlte sich so lange so weit weg an und jetzt ist das schon morgen. Und, äh, mittlerweile hat man halt rausgefunden, dass Margarine super ungesund für den Körper ist. Okay. Ja. Ja, das wundert mich irgendwie wieder nicht, wenn das von den Franzosen kommt. Von den, hä? Von den Franzosen? Was? Äh, ach so, genau. Was mir noch einfällt, ähm, hast du mittlerweile schon eine Rückmeldung von, äh, deinem, ja, du sagtest ja, das wäre so ein Vermittlermensch da, von deinem Kumpel, von wegen, ob die jetzt da am Wochenende, wenn ich komme, ob die da irgendwie was geplant haben? Du meinst die Beamten von der Polizei. Ach so, weil, ich hab's grad gegoogelt, ne, also Margarine wurde zu Zeiten Napoleon III. Ähm, erfunden, weil halt, ja gut, ich wusste, dass damals im Krieg haben die Leute halt versucht, einen Ersatz für Butter zu finden, weil ja klar, ich wusste aber tatsächlich nicht, dass es in Frankreich erfunden wurde. Ich hab mich aber nie so wirklich gefragt, auf wo. Hm, aber gut, gut zu wissen. Polizei. Genau, aber du meinst ja, du kennst ja diesen Vermittler. Ja, tatsächlich scheint nichts geplant zu sein, was mich ein bisschen ärgert, wenn ich ehrlich bin. Und was soll eigentlich dieses Franzosen-Bashing? Rainer, was hast du gegen Franzosen? Wir haben ja gar nichts getan. Wundert mich nicht, wenn es von den Franzosen kommt. Naja, gut. Äh, hören wir weiter bei, wir sind bei Thema Polizei. Rainerle, ne, und sein Berater. Ähm, ich hoffe, dass die einfach ein bisschen fitter da sind und ein bisschen öfter kontrollieren. Zurzeit fahren sie ein bisschen öfter durch, allerdings hab ich die Befürchtung, dass sie das wieder ein bisschen schleifen lassen demnächst. Es kommt halt auch nochmal da. Dass sie das schleifen lassen demnächst. Junge, du, wie das nicht an. Ach, da muss ich denen wohl mal wieder auf die Füße treten, ne? Ja, kann ja nicht sein, dass sie ihren Job nicht machen hier, Polizisten von der PINEA. Junge, 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 Junge. Ernsthaft. Ja, Rainer, hast du nicht oft genug angerufen, ne? Nur einmal am Tag? Zweimal am Tag? Reicht halt nicht, dass sie verstehen, in welcher Lage du dich befindest. Hammer. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Junge. Es kommt halt auch nochmal drauf an, welche Schicht gerade Dienst hat. Also manche Schichten sind zum Beispiel, äh, manche Schichten sind halt beispielsweise so, dass die überhaupt nicht kommen und andere Schichten, jetzt kommen schon wieder drei Idioten, und andere Schichten, äh, sind halt flott da und schicken sich halt auch. Oh, jetzt kommen gerade Leute, willst du eben die Polizei rufen? Nee, noch nicht. Ich warte noch eine Minute. Mich stresst du, dass die gerade jetzt wieder auftauchen, wo ich dann gleich weg will, wenn ich zum Einkaufen gehe. Hm. Wie ist das denn, wenn du mich, wenn du mich morgen abholst, äh, passt dann jemand auf? Wie? Naja, wenn du sagst du, äh, wenn dich das jetzt schon stresst, dass da jetzt jemand ist, wenn du eben einkaufen gehst, du holst mich dann ja morgen auch ab, ähm, hast du dann irgendwie Nachbarn oder so, der ein bisschen aufpasst, dass da keiner irgendwelchen Scheiß macht, weil du sagst ja, du hast ja Sorge, dass morgen mehr Leute kommen. Du meinst von meiner Haustür? Ja, genau. Äh, ich habe überlegt, ob ich einer Bekannten, die, ähm, Zugriff auf die Überwachungskamera hat, äh, Bescheid gebe, dass die in dem Zeitraum ein bisschen vermehrt draufschaut. Und hier haben wir den Beweis, dass Marion auch die Überwachungskamera sehen kann. Hammer. Ja, ja. Und falls nötig die Polizei ruft. Hm. Wie geht denn das, dass man quasi diese, dieses Signal von seiner Überwachungskamera so weit weiterleitet? Das ist ganz einfach, du brauchst einfach die App davon. Ja. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Man braucht die App und die Zugangsdaten von Rainer Länder. Und dann hatte man Zugriff auf die Überwachungskamera. Sie schreibt mir gerade, Obacht, Hater. Oh. Sekunde. Ist das die, die du auch nach dem Rezept gefragt hattest? Hi. Äh, ja, habe ich schon gesehen. Danke dir. Ähm, ja. So ungefähr. Ja, und wie gesagt, ähm, im Prinzip brauchst du die App, musst dich dann da anmelden, dann muss ich dich auf meiner App, also in meinem Account, muss ich dich eintragen und dann muss ich dir einen Code schicken von der Kamera, die ich dir zeigen will. Wenn ich mehrere Kameras habe, sind es mehrere Codes. Oder ich kann auch beeinflussen, auf welche Kamera du Einfluss nehmen kannst, beziehungsweise auf welche Kamera du, also welche Kamera da dich mitnehmen kann, keine Ahnung. Okay, also Einfluss heißt quasi, man kann die, kann die, also kann man die sich drehen lassen oder sowas? Nee, aber du kannst den Alarm auslösen. Hm, auch etwas, was Reinerle immer so ein bisschen bestritten hat, dass der Alarm ja automatisch ausgelöst wird. Das war sicherlich auch bei Reinerle so eingestellt, aber er hat ihn auch sehr, sehr gerne immer von sich aus manuell eingeschaltet, den Alarm. Du kannst aufnehmen auf dem Handy oder auf dem Tablet und, ähm, genau, solche Möglichkeiten hast du halt. Krasse Technik. Ja, heutzutage ist das nicht mehr ungewöhnlich. Und musst du da irgendwas beachten mit deiner Kamera? Ich glaube, es gibt ja irgendwie so Regeln, dass man irgendwie öffentliches Gelände nicht filmen darf und sowas. Ja, man muss eigentlich darauf achten, wie weit die Kamera vom eigenen Grundstück, man darf eigentlich nur sein eigenes Grundstück filmen. Eigentlich. Aber es ist ja Reinerle. Ich selbst für meinen Teil filme ein bisschen mehr als das. Hm. Weil bei mir der Fall ein bisschen anders liegt. Ja, ja, weil Reinerle ist ein Sonderfall. Na, klar. Mach ich auch, ne? Wenn ich irgendwie zu schnell fahre. Ja, aber ich bin ein Sonderfall. Ich darf das. Ja. Weil ich hab's eilig. Ja, weil ich hab's eilig. Er wird ja dann auch irgendwann später die offene Straße einfach so ins Netz stellen, also streamen. den öffentlichen Weg. Und viele werden ihn anzeigen bei Datenschutzbehörde, Datenschutzbehörde, ich weiß gar nicht, wer hier das genau ist, äh, von Bayern. Die sich so der Sache ein bisschen annimmt, also so wie man gehört hatte, wurde Reinerle ja auch ein kleines bisschen auf die Finger geklopft, dass er da, ja, Bußgeldbescheid bekommen hat. Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Das weiß nur Reinerle. Es wird aber, denke ich mal, auf den Stapel der Rechnungen gelandet sein, so wie vom Labor die Rechnung, als Reinerle seine Testergebnisse haben wollte. Naja. Weil halt auch ständig von der Straße aus Sachen geworfen werden und so weiter. Und dadurch, dass ich da natürlich ein bisschen mehr einsehe, äh, hab ich dann auch das Glück. Allerdings hab ich halt nur öffentlichen Grund mit drauf und keine anderen Privatgrundstücke oder so. Okay, und dass du da öffentlichen Grund mit filmst, ist kein Problem? Doch, eigentlich schon. Warte mal kurz, ich ruf mir kurz die Beamten an. Ah, das war, war es ungefähr eine Minute, ne? Tatsächlich, was ich grad gesagt hab, ja. Ja, hallo, hier ist mal wieder Winkle. Äh, es sind schon wieder fünf Personen von meinem Grundstück, die hier... Äh, hast du nicht gerade gesagt drei? ...hier schon wieder rumschreien. Äh, zwei davon dunkel angezogen. Einer davon hat eine schwarze Hose... Äh, ein weißes... Eine weiße Hose an. Und zwei davon sind hell angezogen. Einer trägt blau. Oder so ein ausgegrautes Blau. Gut, danke. Ade. Das ging überraschend einfach. Ja, ich hatte es, glaube ich, in dem vorherigen Telefonat auch schon gesagt, ne? Also die werden mittlerweile einfach nur so resigniert haben und gesagt haben, ja, nimm's auf, ne? Äh, 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 beziehungsweise ob die sich wirklich die Personenbeschreibung da in irgendeiner Weise durchgeben, die sagen einfach nur, ja, hier, komm. Wenn ihr Zeit habt, fahrt mal zum schaurigen Berg und dann schaut euch das mal an. Äh, wieder mal. Haben sie gesagt, sie kommen? Ja. Normalerweise geht es nicht so leicht. Voll schön, aber vielleicht kümmern sie sich dann jetzt doch ein bisschen vermehrt. Nee, davon gehe ich nicht aus. Das kommt schon vereinzelt mal vor. Aber das ist eher der seltene Fall. Irgendwelche Polizisten, die jetzt engagiert waren oder wie, oder denen tatsächlich langweilig gewesen ist, die da eventuell dann auch mal schneller hingefahren sind. Tja. Aber, Rainer, dass du wirklich nicht merkst, dass das in keinster Weise irgendetwas ändert, sondern dass die Leute sich ja auch einen Spaß daraus gemacht haben, ne? Dass das ja auch wirklich so eine, ja, so eine Art Checkliste gewesen ist, was du machst, wenn du halt zum schaurigen Berg pilgerst. Klar, du steigst aus, aus der Bahn, gehst runter, äh, zum Rewe Zwingel, holst dir halt ein Löschzwerg und dann, ähm, ja, vielleicht noch einen Ofenkäse oder, irgendwie andere Opfergaben, die du halt mitbringen möchtest. Und dann gehst du, ähm, Basketballplatz, ähm, und dann halt den Pilgerpfad hoch, am Wasserstandshäuschen vorbei, an der Bank vorbei, dann geht's durch den schaurigen Berg und dann geht man hoch und erblickt dann das Haus, dann macht man ein paar Fotos, ne? Hat Spaß zusammen, redet, quatscht und wenn man Glück hatte, hat er mal noch Entertainment bekommen von dir. Er ist mal wieder gegangen, nachdem er seine Opfergaben dagelassen hat. Oder halt Herr Müller ist gekommen und hat Platzverweise verteilt. Das war ja auch noch dann eine To-Do-Checkliste gewesen, ne? Platzverweis abholen. Und dann ist man wieder gegangen und hat, äh, in Nürnberg irgendwie Spaß gehabt oder anderswo. Und am nächsten Tag sind halt die nächsten Leute gekommen und haben diese Checkliste abgearbeitet. Das waren aber nicht immer dieselben, Rainerle. Es waren immer wieder andere Leute. Dass da öfter mal, ja, die Leute das wiederholt haben, ja, aber nicht die ganze Zeit. Und man hat sich da halt die Klinke in die Hand gegeben, weil es halt auch irgendwie lustig und Spaß war. Naja. Und, ja, wie gesagt, Platzverweis, ey, was soll's, hast du dir halt abgeholt. Ach, Mann. Ich hoffe schon, dass die übers Wochenende ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorsichtig sind hier, damit wir ruhige Zeit verbringen können. Wegen, wegen dem Wegfahren dann. Äh, wie genau läuft das dann jetzt, das Wochenende ab? Also du kommst am Freitag dann, äh, direkt zu mir quasi von Nürnberg aus. Genau, also irgendwann zwischen Mittag und Nachmittag, irgendwann bin ich dann bei dir, je nachdem, wie gut ich durchkomme. Und stelle halt, wie gesagt, vorher das Auto in Nürnberg ab, einem Kollegen. Und laufe dann eben die paar Meter zum Bahnhof zurück. Der, ähm, holt sich das ein paar Meter vom Bahnhof weg ab, da wo man eben stehen bleiben kann, weil rund um Nürnberg ist halt die Fahrerei echt Krieg. Deswegen, äh, treffen wir uns quasi... Wobei am Bahnhof eigentlich sogar noch halbwegs geht. Ja, aber es ist halt viel los. Deswegen haben wir gesagt, wir treffen uns halt ein Stückchen an der Seite, in der Seitenstraße. Und dann stelle ich da das Auto ab, wenn, wenn ich ihn sehe. Und dann, äh, wie heißt es? Und dann... Na. Jetzt hab ich einen Faden verloren. Genau, und dann laufe ich zurück zum Bahnhof und steig in die Bahn und komm dann quasi nach Emskirchen. Und dann sammelst du mich ein. Und am Samstagmittag um elf bin ich dann kurz weg und komm dann wahrscheinlich gegen 17, 18 Uhr wieder. Okay. Ja. Oder auch nicht. Und dann muss ich zwischendurch mal ein, zwei Stündchen am Rechner sitzen. Irgendwann zwischen Samstag und Sonntag. Und, äh, ich krieg dann jetzt am Samstag... Äh, am Rechner sitzen? Hast du dein Laptop dabei? Ja. Okay. Ähm, und ich werde dann, ähm, wie heißt es? Am Samstagabend dann Bescheid kriegen, ob der Auftrag für Montagmittag oder für Montagmorgen angesetzt ist. Und dann weiß ich halt auch, ob ich Sonntagabend oder Montagmorgen fahren muss. Okay. Das entscheidet sich halt erst aber. Ich persönlich hoffe Montagmorgen. Ja, das wär mir auch lieber, weil, wie gesagt, ich fahr nicht so gerne abends. Ja. Ja, nicht nur das. Dann hat man noch eine Nacht länger. Entschuldige, ich hab dir zugehört, aber die sind jetzt gerade abgehauen, bitte. Ich hab dir zugehört, aber ich hab nichts verstanden. Warum ist sonst die Polizei gerufen? Das nervt mich immer. Jeder Statt, ey. Ey, Rainer, das nervt nicht nur dich, das nervt vor allem die Polizei. Weil es so häufig passiert ist, höchstwahrscheinlich. Also alles, was ich so mitbekommen habe, denke ich mal. Und das hat die Polizei ja auch selber gesagt. Herr Winkler, wenn wir kommen, ist halt nie jemand da. Und dann hast du ja gesagt, ja, dann kommt doch mal schneller. Ja, schneller, um Platzverweis zu verteilen. Toll. Wirklich. Es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Und, wie gesagt, hättest du jetzt diese, na gut, es ist für wahrscheinlich geschnitten. Sie hat ja ihr Gespräch rausgeschnitten. Aber die zehn Minuten oder was das gewesen sind, Viertelstunde vielleicht maximal, hättest du die gewartet. Wär halt nichts passiert. Und die Polizei hatte einen Satz weniger. Ey, aber das verstehst du ja nicht. Für dich muss ja sofort was passieren. Weil du bist ja ein Sonderfall. Kann da was passieren, wenn du quasi Polizei rufst und bis sie da sind, sind die wieder weg? Nein. Weil ich oft genug auch anrufe und sage, dass die jetzt weg sind. Oder ich habe eine gewisse Zeit, in der ich warten muss oder warten kann. So fünf, vielleicht zehn Minuten, weil es manchmal auch solche gibt. Die gehen dann runter und dann kommen sie wieder. Ja, und da kann ich halt eine gewisse Zeit abwarten. Also passiert mir überhaupt nichts. Aber was mich echt irritiert hat, ist, dass mein Zeugnis, was ich da bekommen habe, wirklich aussieht, als wäre das mit irgendeinem Edit-Programm geschrieben. Ist es ja vielleicht auch. Also ich sage mal so, es würde mich nicht wundern, wenn quasi diese Testergebnisse von so einem System quasi einfach abgetippt werden. Also ich sage mal so, ich habe auch schon mal ein Testergebnis gekriegt, dass er aus wie mit der Schreibmaschine geschrieben, diese typische altmodische Schrift quasi. Ja, wo es so einen weiten Abstand haben zwischen den Buchstaben. Genau. Also ich vermute einfach, dass es von Labor zu Labor unterschiedlich ist, wie quasi der Computer die Daten einträgt, weil das wird ja keiner manuell machen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das ist ja alles automatisiert. Und ich war auch überrascht, dass mein Test so aussah. Das letzte Mal, als ich einen gemacht habe, war der wesentlich ausführlicher. Also eher so wie bei dir, so eine ganze Seite voll. Der ist ja halt sehr minimalistisch. Ich vermute, das hängt halt immer davon ab, wo man sich testen lässt. Und welches Labor das kriegt. Wichtig ist ja, dass die Infos draufstehen. Und die stehen ja bei uns beiden drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens dann mal auf den Test geguckt, dass mit den Antikörpern, da steht nicht, dass du Antikörper hast, sondern dass auf Antikörper quasi getestet wurde. Ach so. Richtig. Wenn man es sich richtig durchgelesen hätte und auch verstanden hätte, so wie Cola-Bällchen es hier gemacht hat, dann hätte man erkannt, dass man halt keine Antikörper hat. Das ist quasi der, weil so funktioniert ja der HIV-Test. Es wird halt quasi geschaut, ob du HIV-Antikörper im Blut hast. Und wenn ja, dann heißt das, dass du halt HIV hast. Und da steht im Prinzip nur, es wurde auf HIV-Antikörper getestet und es wurden keine gefunden. Und deswegen kein Verdacht auf HIV. Ja, also Cola-Bällchen hatte ihm ja geschrieben, ja, aber Moment, wenn da steht, du hast Antikörper, dann heißt das ja, du hast HIV. Und dann hat Reinele, süffisant und oberlehrerhaft natürlich gesagt, ja, Moment, hast du das ja nicht in der Schule gelernt, Cola-Bällchen? Manche Menschen sind von Natur aus gegen HIV-immun. Und Reinele hat sich wahrscheinlich schon allen zu diesem Sonderfall gezählt, wo er da ja natürlich ein ganz besonderer Sonderfall ist, dass er gegen HIV-immun wäre. Ach ja. Ach, dieses von oben herab, wenn er meint, er hätte irgendwie eine Ahnung oder wüsste etwas besser als ein anderer Mensch. Ach, wie klar. Also nicht, dass du Antikörper besitzt, weil das würde halt heißen, dass du HIV hast. Deswegen war ich so irritiert, als du mir das geschrieben hast. Das ist schon so, was? Ich habe aber mal in der Schule gelernt, dass es auch durchaus Menschen gibt, die halt von Natur aus Antikörper haben. Ja, bestimmt, aber ja, hast du in der Schule gelernt, ne? Da hast du aufgepasst. Ne, die sind einfach nur, die haben halt keine klassischen Antikörper. Das funktioniert ein bisschen anders. Das sind halt Menschen, die halt, weil das ist ja eine Autoimmunerkrankung, das heißt, diese HIV-Zellen greifen ja das Immunsystem an und die Immunzellen und dass quasi die Zellen, die von der HIV-Krankheit angegriffen werden, dass das so wenige sind, dass halt quasi Aids in dem Sinne nicht ausbricht. Die Menschen sind aber trotzdem HIV-positiv und sind halt auch Überträger der Krankheit. Bei denen bricht das halt nur nicht aus, weil quasi zu wenig Immunkörper angegriffen werden. Okay. Aber bei denen könnte es auch ausbrechen, wenn die dann Sex haben, oder wie? Die würden das übertragen. Also, die sind halt Überträger. Ja, anscheinend. Also, man hat das mal bei so ein paar Extremsportlern hat man diesen Fall beobachtet, weil wahrscheinlich das Immunsystem einfach wesentlich stärker ist. Aber das ist irgendwie so einer in 200 oder 300 Menschen, die das mal haben. Patienten quasi. Ja, aber das sind halt keine Leute, die... Patienten null? Naja, nee. ...die halt komplett immun sind. Die haben halt auch HIV, die sind auch Überträger. Bei denen bricht halt nur Aids nicht aus. Okay. Weil das ist der Unterschied. Ja, ist dann Patient null quasi. Weil Patient null ist ja quasi derjenige, der das Ganze übertragen tut. Ja, aber... Nee, nicht wirklich, Reinhard. Patient null ist halt der... Also, der ganz am Anfang steht. Der Erste, ne? Wer das lostritt. Aber... Naja. Gut, lassen wir die Erklärung von Reinhard so. Aber selbst nicht krank ist. Ja, Patient null ist, glaube ich, eigentlich der, von dem die Krankheit ausgeht. Ja, ja. Naja, das ist ja quasi das dann. Ist ja auch egal. Naja, jedenfalls sind wir beide gesund. Dann passt das. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Achso, Kondome sollte ich mir vielleicht noch aufschreiben, wa? Ja, gerne. Ich dachte, du hast... Hast du nicht gesagt, du hast Billy Boy da? Zu Hause? Na. Na, ein paar habe ich zwar da. Ah, die reichen nicht? Alles klar. So. Achso, und rasieren im Gesicht und unten rum? Ja. Äh, ja. Ja, wäre schon schön, würde ich sagen. Ja, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Also, wie gesagt, ich... Ich will es mir nicht vorstellen, beziehungsweise ich weiß ja, wie es ist. Es gibt ja dieses tolle Video, Rasieren mit Happy End. Oh, Mann. Moment, ist das Video danach entstanden? Hat Reinholde das Video an dem Tag gedreht? Das müsste... Oh, das müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Eine Sekunde. Ja, nee. Ist am 13. Dezember 2018 entstanden, das Video. Rasieren und Duschen mit Happy End. 13. Dezember 2018. Schaut's euch nicht an. Es ist extrem ekelhaft. Fassbar gerne. Ich finde, der hat was. Okay. Und untenrum kannst du halten, wie du willst. Gerne kurz oder halt ganz rasieren. Okay. Ja, aufgrund meines Übergewichts sieht es sowieso ein bisschen komisch aus. Ein bisschen komisch? Ja, es verschwindet halt alles da unten, ne? Also, da ist halt nichts mehr. Weil es wird von Fett umschlossen. Muss man ja so sagen. Weil normalerweise ist es ja ziemlich dicht, das Ganze. Aber dadurch, dass ich so ein Übergewicht habe, ist es alles ein bisschen verteilter. Ja. Was? Ja, da ist halt mehr Masse. Was heißt denn hier, das alles ein bisschen verteilter? Hä? Hört sich wahrscheinlich komisch an. Untenrum jetzt, oder? Ja, genau. Hä? Okay. Ja, obenrum würde ich mich dann halt rasieren. Bloß halt den Schnauzer stehen lassen. Den hatte ich sowieso vor, eigentlich wieder stehen zu lassen. Hm. Ja, und untenrum schaue ich, dass ich mich halt vorher noch rasiere. Sehr schön. Ach so, und duschen. Das war das, was ich vorhin gewohnt habe. Soll ich dann quasi die Badewanne, also oben den Boiler anmachen? Das wäre voll schön, weil ich habe hier keine Badewanne. Das wäre echt mal wieder eine schöne Gelegenheit. Ja, dann soll ich dann aber wahrscheinlich, das ist das Problem dann wahrscheinlich, dass ich ein Ding mitkaufen soll, oder? Ding? Ein, äh, dann brauche ich aber so einen Badeschaum, oder? Ach so, ich habe glaube ich noch so eine Badekugel, die ich irgendwann mal geschenkt gekriegt habe und nicht benutzen kann. Dann kann ich die mitbringen. Das ist... Ach, cooler Bärchen. Wärst du mir jetzt ruhig auch noch irgendwie so ein bisschen Badeschaum aus den Rippenbleiern können, ne? Die hätte er schon noch besorgen können. Das ist auch so ein Schaumding. Okay, ja, oder dann machen wir es so, weil dann brauche ich nicht extra ganze Backen kaufen, weil ich benutze das halt nie, weil ich halt nicht tue ich schon normalerweise. Ich meine, wenn wir uns öfter treffen, dann kann ich ja mal was kaufen und das ist ja kein Ding. Dann kannst du das ja immer verwenden. Bloß, äh, ich selber bade halt nicht. Also mal abgesehen von... Ne, passt ja auch nicht mehr rein, so wirklich in die Badewanne. Also sich da reinzulegen, ja, wo soll denn da noch das Wasser hin? Da ist ja schon alles voll. Beim Übergewicht, dass ich nicht in die Badewanne passe, habe ich natürlich auch das Problem, dass ich sehr groß bin und die Badewanne ist relativ klein. Und, äh, da selbst wenn ich abge... Also selbst wie ich dünner war noch, äh, habe ich da halt mit dem ganzen Oberkörper eigentlich rausgeschaut. Ja, aber das tun ja die meisten Menschen rein, oder? Also, naja. Das ist halt eigentlich ungeil fürs Baden. Bestimmt. Ja, und deswegen, ich bin sowieso generell eher lieber jemand, der duscht. Erstens mal geht's schneller und zweitens, ja, ist mir das auch lieber. Ich mag Baden ganz gerne, das ist dann so ein Entspannungsding und das habe ich halt ewig nicht machen können, weil ich hier in der Bude nur eine Dusche habe. Ja, nee, das kannst du ja bei mir machen, dann bloß, äh, die, das Klo oben geht nicht. Also für das Klo musst du halt runtergehen. Aber unten das Klo, das geht ja. Ich bin ja auch eigentlich komplett unten mit allem. Das Badezimmer oben ist soweit fertig, das muss ich dann nur ein bisschen aufräumen noch. Äh, weil da liegt in der Badewanne momentan ein paar, ein bisschen Zeug rum. Weil ich hab, äh, was? In der Badewanne liegt ein bisschen Zeug rum? Denn, ich hab nämlich die Badewanne, den, äh, wie heißt's, den, äh, na, sag's mir. Weiß nicht. Die Brause, beziehungsweise, ja, der hat keine Brause momentan. Der, also der Wasserhahn, den hab ich erst neu reingemacht nämlich, weil der war nämlich kaputt und da hab ich einen neuen reingemacht und, genau, da hat er im Moment auch kein Brause dran. Der könnte man zwar anschließen, aber da hab ich im Moment keine. Ja, gut, ist ja nicht. Glaubt ihr, Rainerle war das oder ist das noch, äh, aus Rudis Zeiten, dass die, äh, dass der Hahn da oder der Mischer wahrscheinlich in irgendeiner Weise ausgetauscht wurde? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Rainerle wirklich da so Klempner-mäßig den, den Mischer ausgetauscht hat, weil er müsste dazu ja das Wasser abdrehen, dann müsste er, äh, äh, es wäre möglich, natürlich, ne, aber wir wissen ja oder kennen Rainerles handwerkliche Fähigkeiten. Irgendwie bezweifle ich das, dass er wirklich da was gemacht hat. Nicht schlimm. Genau. Ja, weil dann mach ich nämlich bloß oben den Ding an, wobei, da muss ich, dann würde ich die Brause ja von unten wahrscheinlich oben hin machen, solange. Oder so. Weil, äh, äh, ich will ja auch duschen, bevor du kommst. Und... Ja, wär nett. Und, äh, ich dusche ja nochmal, obwohl, ich kann unten auch duschen, ich dusche halt kalt dann. Ist ja nicht schlimm. Ich dusche dann kalt. Ja, das sind diese schwierigen Entscheidungen, die man treffen muss, ne, entweder mach ich den Boiler oben an oder den Boiler unten. Hehehehe. Eieieiei. Das Problem ist halt, das kostet mich halt locker 10 Euro, wenn ich das anmache. Was? Und, äh, ich würd's dann halt anlassen über die Dinge, wenn du da bist. 10 Euro? Joa, ne. Echt? Wieso? Ja gut. Das wird halt so ein Uralt-Boiler sein, ne? Der verbraucht schon ordentlich Strom. Und Rainer, der hat halt die, den teuersten Stromtarif, den wo gibt, weil er halt diese Prepaid-Sturmzähler-Geschichte hat. Und da kriegst du natürlich nicht den, ähm, ja, den günstigsten Tarif oder den festen Tarif, sondern da hast du halt wirklich das Teuerste. Ich weiß nicht, ob's da, da hab ich mich noch nicht mit beschäftigt, ob es da den Tagespreis gibt oder ob es da den, den Grund, ne, Grundstrompreis gibt's bestimmt nicht. Ach, keine Ahnung. Es ist bestimmt richtig teuer, auf jeden Fall. Außerdem muss Rainer ja auch noch seine Stromschulden bezahlen. Und das kostet mich halt pro Tag fast 10 Euro, beziehungsweise das kostet mich 10 Euro, wenn ich's anmach, und dann kostet's mich zwischen 2 und 5 Euro, je nachdem, wie viel Wasser man dann halt verbraucht. Ah, okay. Na gut. Also, ich werd jetzt mal losgehen, weil sonst, äh, wird's mir zu spät. Hm. Aber die Polizei fährt jetzt auch gerade durch. Ah, schön. Perfekt. Alles klar. Gut. Dann bis nachher. Okay. Ich freu mich. Ich mich auch. Tschü. Tschü. Hab dich lieb. Dito. Kein am Ende Cola-Bärchen, schade naja gut ihr Lieben das war das voraussichtlich letzte Telefonat zwischen Rainerle und Cola-Bärchen, die sich jetzt morgen dann treffen wollen zum Grand Final Part 16, freut euch drauf und dann sind wir theoretisch durch mit den Cola-Bärchen-Geschichten aber aber es gibt ja noch ein bisschen was wie gesagt, kleine Teaser nächster Part 16, das große Finale viele haben auch in den Kommentaren gefragt, wird es auch das Video dazu geben ja also ich lasse das Video so durchlaufen wie es hier ist und da ist auch ich hatte schon vorher reingeschaut da ist auch das das Mehl und Cola-Video drin zensiert es gibt glaube ich auch eine unzensierte Fassung aber ich lasse jetzt die zensierte Version also die Leute sind halt zensiert natürlich und alles andere was man in irgendeiner Weise öffentlich sehen kann ist zensiert aber ich lasse es so durchlaufen wie es hier ist und hoffe dass YouTube das halt erkennt dass ich da nichts Böses mit möchte aber YouTube ist ja immer so ein bisschen schwierig was was so Besuchsvideos was solche Videos angeht es ist halt ich hoffe sie erkennen es halt als Prank wovon es ja auch viele Videos die es auf YouTube gibt so Pranks ne it's just a prank Bro aber schauen wir mal wie gesagt wir schauen es uns an das Grand Final später und dann danach werden wir noch so ein paar Nachbesprechungen machen es gibt ja ein ein Stream den Reinholde danach gestartet hat in dem er erklärt was gerade passiert ist und dass demnächst ein Cola und Mehl Video auftauchen wird von irgendwelchen Hatern bla 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 aber das wird dann die Nachbesprechung zu den Cola Bärchen Sachen und dann schauen wir weiter gut vielen Dank fürs Zusehen fürs Zuhören besser gesagt denn zu sehen gab es nicht viel und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder geht raus macht irgendwas draußen in der Sonne oder im Regen ist ja egal Hauptsache ihr seid aktiv und einfach mal abschalten bis denn ihr Lieben macht's gut Medeloff